Das ist etwas, das einem ja selber weiterhilft. Also es ist ja keine negative Rahmung, dass eben Deadline, du musst da und da fertig werden, sondern nein, es ist einfach, der Abschnitt ist quasi vorbei. Ja, ich habe mir gerade genau dasselbe gedacht. Also wir haben ja letzte Woche über die Hinzu- und die Vonweg-Motivation gesprochen und ich habe mich jetzt mit meiner eigenen Aussage irgendwie selber getriggert, dass ich wieder anders denken musste. Und ja, du hast schon vollkommen recht. Ich glaube, man sollte das auch in den entsprechenden Worten festhalten, weil es einfach, wie heißt dieser schöne Spruch dazu, so quasi, also Sprache schafft halt Wirklichkeit oder irgendwie so. Über das kann man diskutieren, aber in dem Fall, es ist schon so. Und ich finde, der wichtige Punkt ist, nur weil du jetzt statt bis 14 Uhr noch eben länger gemacht hast, das heißt im wenigsten oder im seltensten Fall, dass du es wirklich mehr geschafft hast. Meistens ist es genau das Gleiche oder vergleichbar viel und damit öffnest du dich für neuere Möglichkeiten. Also wenn du es schaffen würdest, dort doppelt so viel Arbeit weiterzubringen in der Zeit, ja, das wäre toll, aber ich glaube, das ist meistens nicht so. Also mit einem gut formulierten Ziel vor Augen, was du dort schaffen möchtest in dieser Zeit, wirst du es auch schaffen und öffnest dich der Möglichkeit, dann noch was für dich zu tun, was anderes zu tun, was auch immer. Also eben dieses, bleiben wir beim Fahrradbeispiel. Und das ist ja eigentlich so wichtig, oder? Weil dann auf einmal hast du sozusagen wirklich doppelt gewonnen. Dann kannst du das, die Arbeit ist geschafft und fertig und du hast es für dich getan und auch das ist gelungen. Und du hast dieses Erfolgserlebnis von Gelingen, ne? Und du hast das, die Arbeit ist geschafft und du hast es für dich getan und du hast es für dich getan und du hast es für dich getan. Und du hast das, die Arbeit ist geschafft.